aber ich muss sagen dass wo denn so das wegschneipen war jetzt ging es relativ locker eigentlich wenn man kniet aber ich muss mich um mit der maus wirklich stabil schießen zu können muss ich mich wirklich hinknien das muss ich mir merken das ist interessant ich fühl schon wieder wie zu dir zu zumindest habe ich einen gehört hier ist ein brunnen das gut weggeschniebert habe ich den geno scoped rein hier liegt eine mütze ich werde irgendwas rumkotzen aber ich weiß nicht was das ist das ist eine toni ok alle was macht ihr denn da und hört ihr ganz tscherneros dass sie hier unterwegs sind mich hört man nicht ich komme jetzt raus doch ich habe ja auch gehört ich komme jetzt raus aber schau mal wo ich auch war du standest direkt neben mir ja toni ist da oben in den hau bei den häusern ja der toni der hat aber auch eine eine einen 2000 watt lautsprecher da vorne an seinem lauf dranhängen tag aber was schießt ihr hier alles zombies sehe ich die zombie den zombie nur nicht ich glaube niemand von uns würde jemals hier wieder her finden ich werde nochmal zu schon wieder ein zombie zu denen nach unten geht zu toni toni du kriegst versuch wir werden eben keine wir nehmen keine post für dich an näher haben wir machen wir nicht mehr ich gehe mal ins hübsche haus ich bin bei dem anderen haus und wirtschaft Haus. Ich bin bei dem hübschen weißen Haus. In dem richtig weißen Haus. Meine Hose ist halt einfach immer noch pristine. Das ist schön, dass da die Bugs wieder weggemacht haben, dass alles kaputt geht. Ich meine die Funktion. Hey. So. Tony, wo bist denn du? Beim großen gelben Haus. Großen gelben Haus, groß gelb. Ja, Daniel, sie dich. Ich habe ihn gerade außen rum geistert. Oh, ich bin noch ein Zombie. Hey, da. Die ist dir am Eingang. Hey, da, das bin ich nicht. Da hinten ist er. Wo? Ne, das ist ein Zombie. Sorry, jetzt habe ich dich verwechselt. Mit dem Zombie. So. Oh, wie das leckt. Also wenn es halt jemand auf mich schießen würde, na, ich würde es nicht mitbekommen, bevor ich tot bin, dass jemand auf mich schießt. Naja. Achtung, Zombie von hinten. Wo denn? Da, 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 da. Ja, pfeift das ganze Magazin raus. In die Uschi getroffen. Ey, wartet mal auf mich. So. Alter, aber der Tony, der macht da einen Lärm, das man meint. Hier wird renoviert, ne? So soll es sein, so kann es bleiben. So kann es sein, so soll es bleiben. Andersrum. Äh, wir sind hier genau gesagt, in... Ja. Äh, ob... Bojen... No irgendwas. Ach, die drei ist, glaube ich, ein S. Zombie auf der Straße. Oh. Am Arm getroffen. Schlaf mal da hoch in den Wald. Tu das. Was hast du vor im Wald? Ja, da, weitergehen. Dreckige Dinge hat er dort vor. Alleine. Oh. Er sucht sich ein Büschchen. Bingo. Hilfe. Auf mich wird geschossen. Ich bin schon ein geiler Schütze, muss man echt mal sagen. Das, ähm... Wo hast du denn gerade hingeschossen? Nicht bewegen, hinter dich. Hinter? Hinter dir war ein Zombie her, ja. Und von hinten kam schon wieder ein Zombie und das muss ich nachladen. Ne, du backst gerade rum und hast gerade mit der Waffe am, am Rucksack geschossen. Das mache ich immer so. Da bin ich Weltmeister drin. Oh. Was denn? Da war ein Zombie. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, der Herr. Wir sind ein gutes Team. Ein gutes Trio. Was zeigt denn hier? Äh, Quartett. Ja, wir zwei sind echt ein gutes Trio. Quartett. Ähm... Was? Was? Wie er rumbackt. Der Zombie oder ich? Du. Jetzt hör mal auf auf mich zu schießen, bitte. Was machst du denn? Jetzt habe ich ihn. Mich? Der war weit weg. Also jetzt liege ich bei euch am Boden, ne? Achtung, Zombie von hinten, Toni. Jawohl. Ah. Packe ich jetzt immer noch rum? Ja. Okay, ihr passt kurz auf. Ich packe meine kurz die Waffe weg. Ah. Du, das ist doch einfach hin. Hab ich doch gerade schon gemacht. So, packe ich jetzt immer noch rum? Nein, aber du hast keine Waffe in der Hand. Oh, das ist kack. Ich lad nie wieder nach, ey. Nein. Habe ich jetzt eine Waffe in der Hand? Ist ja egal. Ja. Aber es macht Spaß, ein bisschen vor sich hin zu ballern. Ja. Ah. Mal ein bisschen Abwechslung. Gegenüber den ganzen Spielern. Eine weitere verlassene Siedlung. Wo könnten die Eingewohner sein? Die Eingewohner sein? Die Eingewohner? Äh. I'm going inside. Oh. Keine Chance. Wo ist er? Hinter mir. Wow. Wow. Was ist los? Alter. Da ist ein Millimeter mal vorbeigeflogen, der erste Schuss. Aha. Ne, das war schon... Alter. Meter, sag ich mal. Hat sich jemand anders angehört, du? Ha. Als ich die Spatzenschrot hatte, ähm, so ein Gewehr, war das so ein automatisches, vollautomatisches. Da habe ich mal auf die Straße geschossen und, ähm, jede vierte Kugel ist abgeprallt. Querschläger. Was ist das? Da liegt ein Weapon flashlight. Oh, kann ich nicht benutzen. Außer ich, äh, ne, dafür habe ich keinen Platz. Ich bin... Wirtshaus. Pistole. Da sind wir schon drin, Schätzchen. Ey, du brauchst keinen Platz hier. Hier ist kein Platz für uns alle. Hey, jo. Das Haus ist zu groß für uns drei. In dieser Stadt kannst du... Immer raus. Hä? In dieser Stadt kannst du nur einen von uns geben. Mehr Platz ist hier nicht. Du oder ich. Ich wollte dich hier raus zu einem Duell. Auf ein Kilometer Distanz. I need a shrink, äh, drink, nicht shrink. Ich brauche eine Schrumpfung. Hopp. Aber es ist schon schön, hier mal in andere Städte reinzukommen. In andere Dörfer. Mal wo nicht jede Sau unterwegs ist. Kann man so sagen, ja. Einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen. Hier auf dem Land ist eine viel bessere Luft als in der Stadt. Nicht so bleiern. Ja, genau. Als würden so viele Autos hier rumfahren. Ich meine jetzt eher so was Kugel betrifft. Ja. Ich habe einen Morphin Injector gefunden. Und ein Injector. Es gibt doch auch, ähm, was ist denn dieses braune Fläschchen da? Das waren, ähm, Antibiotika, ne? Injection Bail. Das ist irgendein Desinfektionszeug. Aber frag mich nicht, wozu man das braucht. Steht drauf, Antibiotika. Oh, da kommt einer. Da, ich sehe ihn. Ja, wo ist der Ding? Ja, wo ist der Ding? Ja, wo ist der Ding? Ja, da ist der Dude! Ja, da ist der Dude! Ja, da ist der Dude! Ich muss mal nachladen. Mein Stomach rambles. Hallo. Sag mal, habt ihr auch so einen extremen Verbrauch an allem? Nö, ich habe gar nichts. Außer Munition. Boi, da kommt die Treppe hoch. Was? Der steckt in der Treppe hier vorne. Hier oben. Da ist gerade die Treppe hochgelaufen. Jetzt sind hier zwei drin. Da unten liegt Munition übrigens. Oh. Da unten im Treppenhaus. Ne, war ein Grafikball. Ich geh mal runter, ja? Hilfe! Ich komme, um mich zu retten. Die sind weg. Wo sind sie den? Ja, wo den? Ha! Stecken sie in der Wand. So, und was machen wir jetzt? Und kommen beide gleichzeitig raus, weißt? Alter, bist du ein guter Schütze. Nett! Ich würde sagen, wir laufen weiter, hm? Was seid ihr denn? Bei der grünen Villa. Bei dem... Das ist bei dem Pferdestall und so weiter. Also beim Turm. Beim hohen Turm da. Kommt, wir laufen nach Osten. Da hinten ist ein Supermarkt. Jawohl! Einkaufen! Den habe ich vorhin schon entdeckt. Da müssen wir einkaufen gehen. Ich habe mich vorhin gefragt, was die Türen... Die gelben Türen, die kenne ich doch irgendwie. Oh, ein Hammer! Oh, ein Hammer! Ihr Hammer! Auch man ölegt keine Kartoffe. Oh, nehmt euch die Kartoffel. Da ist ein Hammer. Das ist ja Hammer. Hau die Kartoffel platt! Ja, schieb mich durch die Gegend! Mach da doch! Wasserflasche! Und? Oh, hier fliegt wieder eine Libelle. Aktion für ne Mosin! Zombie, 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 Zombie! Mistviech! Munition! Ammunition! Schaut mal, hier oben auf dem Regal liegt noch Futter. Aber ich komme da nicht ran. Beziehungsweise ich kann es nicht nehmen. Und hier ist ne schwarze Spraydose. Ja? Oh, da kommt er! Guck mal, Toni, hier! Oh, ne Kartoffeln! Ja, Kartoffeln. Wir sind das Kartoffelvolk, die Deutschen. Kartoffeln lieben wir. Schau mal hier oben. Kannst du die noch neben die Kiste? Lecker schmecker! Schmackofatz! Von rohen Kartoffeln kann man übrigens kotzen. In Realität. Ich weiß nicht, ob es mit normalen Kartoffeln ist. Hier im Spiel. Nö, ich schätz mal. Daran kann man extrem krepieren. Schau mal da oben! Hallo da oben! Hallo da oben! Hier da oben! Da oben auf dem Sch... Da! Stopp halt! Hier! Auf dem Ding! Oben drauf! Winke Ecke! Ich bin auch voll! Ja nehm ich halt den Fisch mit und ess den. Da hinten ist ne Flasche und... Munition. Munition für mich. Nicht für deine Waffe. Ne. Nicht verwechseln. Und danke, dass du mir das nochmal erklärt hast ey. Welches hat fast drauf reingefallen. Ja. Ja. Ja.